er war ihm freunde was geht ab zu einem folgenden warst auf alles es für sind wir hier stehen geblieben und wollten jetzt zum militär hin für feierfleiß wir haben es selbst voll auch andere zwei Leute kennengelernt die auch ein Sohn haben ein Kind was heißt ein Sohn und jetzt wir haben uns in der Nacht durch die Stadt wir haben zwar noch kaum Moni ich bin es ist nicht gut die Verordnungen bis in Kürzer so ungefähr 15 Minuten um ein Stand versteckt muss schlechten uns an sich ich komme okay okay ich weiß nicht wo es 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 hey durch eine deckung durchsucht die gegner, er muss hier irgendwo sein da hat jemand glaube ich nen sniper oder sowas der ist hier drüben okay, okay, das war eine schlechte Idee von mir ja das war eine schlechte Idee das war eine schlechte Idee, ich bin ehrlich, das war jetzt nicht so gut von mir naja ja, ich wollte es besser ein dringling wir sehen uns wo soll ich auf der Deckung da er ist da drüben da er ist da drüben er ist da drüben er ist das der nächste ist gut ich bin super Fuck you! Ouch! und auch passen und keine wurden die mehr Leute finde ich gut dann hilf mir mal damit ein k erledigt das kommt okay schau mal nach ich habe bei henry ist so 19 20 jahre alt und da kommt schon mit einem Prozent um 30 ok ok tut mir leid was was zum teufel henry was du arschlöcher alter wir bleiben zusammen es ist es ist einfach eh sie ist einfach so Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Ist die entdeckt? Wie sind das hier? Autsch! Was finde ich? Ich will erledigt, okay. Scheiße! Ja, du sagst du, ey, wie oft hat Ellie schon Scheiße gesagt? Ey, wenn ich sie wiedersehne, ne? Die Boku, ich werde die alle umbringen. Das ist die Brücke, oder? Das ist die Brücke, oder? Das ist die Brücke, oder? Ach, die Scheiße! Uh oh! Das ist die Brücke! Scheiße! Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen! Ich geb dir Deckung und dann rennst du! Oh Mist! Mein Gott! Du hältst mich oben! Ellie! Keine Diskussion! Ellie! Verdammt! Aua! Aua! Henry! Er wacht auf! Hey du! Wir leben! Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar! Es geht ihm gut! Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt! Ihr habt echt viel Wasser geschluckt! Was ist dein Problem, Mann, hm? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun! Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen! Nein! Ihr konntet es allein schaffen! Und ihr lebt! Aber euch zu helfen! Hätte ihn gefährdet! Bleibt da! Wird ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet! Und mich auch, Joel! Wir wären enttrunken! Ah! Was würdet ihr machen? Würdet ihr ihn umbringen? Ne, ne? Schon gut! Ich bin okay! Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt! Also der Funkturm ist hinter dieser Clip! Okay, da gibt's tonnenweise Zeug! Du wirst froh sein, dass du mich hast! Oh! Ah ja! Haben wir es doch mit dem Schlauen! Wir sind hier mal um! Vielleicht finden wir was! Das war heftig! Wo ist die Brücke? Okay, keine Ahnung! Suchen wir jetzt diesen Funkturm! Briefer war schon, eben, schon geil, ne? Hey, vielleicht will ich hier was in den Boten drüben! Junstein! Oh, ich hab so Buch, dauvizeit war die혀 an, Human und Zone. ... Ich bin schon dabei... Okay... Die Blick nehmen wird... Die Linien... ... die Zukunft ist gegen die Schließungsreise, sch Peace Stabs. ein bisschen und spart und wenn es auch sehen wollte Kürbäuer Geräusche machen drüber TG 10 das führt da ganz durch Okay, zusammen. Na los. Okay, kommt, Kinder. Los. Na gut. Auf geht's. Du bist dran. Okay. Ach, die Scheine. Ich weiß, ich habe nicht erst das begriffen. Da gehen eigentlich die Kinder vor. Vielleicht aber so eine gute Idee ist, ne? Total. John, wir sollten uns hier umsehen. Und wir gehen hier. Nein. Blob's hier. Wenn du das aufkriegst, kriegst du dich. Macht die Tür auf. Ah, ich gehst ein riesiger Ratte. er hat möchte ich durchgriechen wollen das Handy jetzt wenn die Pocke vorliegen auch 15 Minuten glaub ich. Zu wild. Hier lang! Vorne soll er neben sein! Soll hier! Also hier ist ein Vorräter. Ja gut. Vielleicht von Muni! Ist nix besonders. Glaubst du sie bleiben bei uns und komme zu Tommy? Ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Hier ist einfach gar nix. Hat sich gar nicht gelohnt, hier herein zu gehen, ja? Wir haben noch einen Metallrohr. Was ist hier? Wasser. Wenn ich hier raus? Komm, der ist klemmt! Ich kann nicht schwimmen! Ach so auch nicht! Ey, er hat jetzt gerade der gesagt, dass der nicht schwimmen kann. Hey Joe! Wir kommen hier rüber! Okay. Wenn der schwimmen kann, dann sich das überlegen. Ich muss wohl was überlegen! Äh! Ich komm nicht an! Hey, das Ding hängt an einer Kette! Vielleicht geht es irgendwie damit! Hä? Wie jetzt? Guck mal, es ist jetzt nicht! Warte! 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 Ich weiß nicht, wo ist jetzt weiter geht! Warte! 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 Ich seh mich mal oben! Bleib wachsam! Ach die Scheiße! Oh nein, Herr Klicker! Das ist hier im Brett! verliebt alle schon ist gefeinig dieser was was ich bin ich bin die Taschen wieder ich auch eben gedacht Robert Los Helle 9 4 4 4 um brav gemacht im Endeffekt freut sich der Schulter zu erledigen jetzt gebracht wird ja toll was ist mit uns Kannst du mir helfen? Seien ihr zwei beeindruckt? Wir sind schon probigsterin. Was? Mir irgendwas nicht. Ach du Scheiße, wie kann man hier wohnen? Was ist das? Das ist eine Waffe. Oh mein Gott. Wir haben eine neue Waffe, eine Pistole, eine Pistole, eine Pistole. Oh, Schocken, ne? Müssen wir austesten, wie sie so ist. Was? Oh nein. Der wollte. Du willst nur so hier rumstehen. Du willst nur so hier rumstehen. Äh, die Schieß? Oh, Hemmy, hast du das gesehen? Ja, lieber Leise. Okay? Ja, sorry. Ja, nein. Ich bin kein besserer Fußballer als jeder Mensch, als... besser als Manuel Neuer. Äh, oh, wirds gar keine langweiligen Bernhüter. Ich hab's nicht gesagt! Итак, ich bin und die steile aber wir haben den schuss zwei schlüsse noch oh klicker das ist wie die Schotterleiter oh sechs schuss den klickern nach zu urteilen sind sie schon länger tot 6 schlüsse sind voll ach du scheiße, gar nichts ich glaube ich nicht weiter in der klemmenotiz okay, haben wir nichts mehr liegen ratten ratten ach du scheiße ich habe ein Sicherheits-Tro ausgelöst oder so Henry, kriegen wir das hoch? also das ist seltsam ja ich weiß klicker was nee, das Ding bewegt sich nicht schnell weg verschwindet du bleibst bei ihm Henry, wir müssen weg von hier was hat genau los oh Gott, jetzt haben wir den Rollentausch ach wie scheiße das fehlt nicht ich würde alle umbringen, ne? sieh jetzt bis zu einem besseren bei uns kommt wahrscheinlich auch Klickgasse, ne? ja ja wusste ich doch klickers ja, klickers klickers ja, also Klicker dabei was ist das denn für eine Göre? oh ach Piss dich was willst du von mir? komm her görüş erschwer in k was Franz du was du 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 geh du 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 ist scheiß teil wir sind das in die war junge also st scheiß teil protestieren so medizin Leute ist und ich habe auch gesagt vorliegen 40 Minuten weil er sie doch länger ich hab doch Zeit also bald ist für mich hält dann bin ich die Folge das ist er hier Hilfe Hilfe! Was? Was machst du? Ich hole uns hier raus! Dann beeil dich! Alle nach oben! Na los! Ach du Scheiße! Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los! Was ist mit dir? Ich komme klar! Komm schon! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich habe noch ein Problem! Hier! Mach du Scheiße! 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 Das hat mir gestorben. Ja! Soviel dazu! Ach du! Ach du! Komm! Mach du Scheiße! Mach du Scheiße! Was ist das? Boah, endlich raus! Boah, das ist hier aus der Kreise. Gott sei Dank. Was hat es jetzt gebracht reinzugehen, außer Munition verständlich geht's? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wir sind nah. Aber Leute, das ist ja auch ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war echt spannend, die Folge. Und in der nächsten Folge geht's auf jeden Fall weiter. Dann bis zur nächsten Folge, Leute. Hab und schlieb. Einen schönen Tag wünsche ich euch und Peace.